Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video, welches wir nach dem Motto benennen können Lasst euch nicht verarschen, denn ich habe hier die ganz neuen Babybel Protein und was die mit den Babybel Light gemeinsam haben, das schauen wir uns mal in diesem Testvideo an und ich sage, es wird nicht unbedingt was Neues sein, aber einfach mal wieder ein schönes Beispiel, dass man einfach immer aufpassen sollte, was man eigentlich kauft. Also viel Spaß! Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt und ja, ich habe ewig keine Babybel mehr gegessen, das muss ich jetzt hier an dieser Stelle zugeben, damals als ich noch Kind war und alles in Ordnung, bla 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 bla, da gab es Babybel und ich fand die immer richtig cool. Die gibt es ja jetzt bestimmt schon seit, was weiß ich, 30 Jahren, ich weiß gar nicht, ob sie damals erfunden wurden, ich glaube schon, oder dass sie zumindest erst nach uns gekommen sind, kommen ursprünglich aus Frankreich tatsächlich auch, da werden sie auch hergestellt, da gab es eine nette Doku bei Galileo war es, glaube ich, wo man sieht, wie die hergestellt werden. Und dann haben sie, das war die klassische Sorte, die rote, und dann haben sie irgendwann auch mal eine Light-Version zum Beispiel rausgebracht. Und die Netze werden übrigens immer kleiner und der Preis teurer, früher waren die, glaube ich, viel größer. Und es gibt auch große Babybelts. Und jetzt seit einiger Zeit gibt es diese schwarzen Babybelts, die richtig schwarz und trendy aussehen. Und Achtung, High-Protein sind, bam, sage ich da nur, voll mit Eiweiß für die Muckis oder für die, die noch Muckis bekommen wollen. Oder einfach nur für die Leute, die sich bewusst ernähren wollen mit dem neuen Superfood-Eiweiß. Kammer ist ein bisschen schief. Und ja, die können jetzt die Babybel-Protein kaufen. Das Problem an diesem Babybel ist hier, es ist genau das gleiche wie das hier. Es ist exakt das gleiche. Es ist nur eine andere Verpackung drumherum. Und wir gucken da gleich zusammen genauer drauf. Und ich möchte jetzt auch eigentlich gar nicht speziell auf Babybel rumbaschen, denn ehrlich gesagt, ich mag Babybel. Ich habe sie zwar länger nicht mehr gegessen und ich kenne die Light-Version ehrlich gesagt auch noch nicht. Aber ich mag Babybel. Ich finde das geil mit dem Wachs und so das auszuziehen. Mir macht das Spaß. Ich finde die super. Ich finde das toll. Ich finde nur nicht toll, wie man verarscht wird mit diesem und auch von vielen anderen Herstellern mit den Produkten. Noch eine interessante Sache bei Real gekauft. Deswegen ist es möglich, dass da Real Schuld dran ist. Aber Achtung, gleiche Inhalt, das gleiche Produkt, nur eine andere Verpackung. 1,69 Euro, 1,79 Euro. Also wird auch Geld gemacht. Man könnte jetzt natürlich sagen, ja, sie haben jetzt eine neue Verpackung entwickeln müssen und das kostet halt Geld. Okay, und es sieht schwarz und fancy aus. Das soll cool sein. Aber so wird mit dem Thema Protein Geld gemacht. Die 10 Cent sind hier sogar noch, ich sag mal, einigermaßen genedigt. Denn es gibt Produkte, die viel, viel mehr Geld aus euren Taschen ziehen wollen, wenn sie Protein irgendwo draufschreiben. Und bei vielen Sachen kommt das jetzt neuerdings auch erst drauf. So wie eben auch bei Babybel. Denn wie gesagt, es war vorher schon ein Produkt, wo genauso viel Eiweiß drin war. Aber jetzt ist es plötzlich High Protein. Das war es aber auch schon vorher. Ich muss dazu geben, ich muss sagen, wenn ich eine Firma hätte, wäre ich der Chef von Babybel. Oder von irgendeiner anderen Firma, die proteinreiche Produkte schon ewig herstellt. Ich würde es genauso machen. Versteht mich nicht falsch. Ich will damit nur sagen, einfach nur, man sollte einfach nur aufpassen, was man kauft und sich nicht verarschen lassen. Vor allem nicht dann für irgendetwas, was es schon immer gibt, mehr bezahlen. Beste Beispiele sind sowas wie Skier. Kauft euch einen scheiß Magerquark, der kostet ein Drittel und fertig. Rührt ein bisschen rum und das ist genau das Gleiche. Steht nur nicht Skier drauf und ist nicht isländische Tradition. Aber es ist sogar mehr Eiweiß drin in einem Magerquark als in einem Skier. Deswegen, da muss man halt immer aufpassen. Und jetzt gucken wir uns die Dinge aber mal genauer an. Und wir probieren sie natürlich auch. Beziehungsweise ich und ihr guckt zu. Und habt hoffentlich Spaß dabei. So, da haben wir sie. Fünf Babybelts in jeder Verpackung. Wohlgemerkt, gerade mal, ich glaube, schmale 100 Gramm waren das oder so oder 120. Wo steht es denn jetzt? Hä? Ich muss sehen, wie viel da drin war. Ja, fünf Stück, eine Portion 120 Gramm. Also sind es 100 Gramm. 100 Gramm 1,69 Euro. Da kriegt man sogar fast schon ein Gruyere im Angebot für. Und das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Qualität. Also preislich sicherlich nicht gerade ohne. Jetzt aber in fancy schwarz. Es geht ja in die Richtung von, kennt ihr noch die Werbung von, als Cola Zero rausgekommen ist. Coca-Cola Zero. Die Werbung war ja so geil. Mit den Typen, die dann da auf der Couch saßen und irgendwie gleicher Geschmack, weniger Zucker. Da gab es ja so coole Werbung auch mit Manuel Neumann noch und was weiß ich nicht alles. Die waren immer sehr, sehr cool gemacht. Denn schwarz ist cool und für Männer. Babyblau ist irgendwie für Frauen, die Diät machen wollen. Das ist so die Assoziation, die man damit, glaube ich, hat. Korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege. Aber schwarz soll eben cool und Protein sein. Und ist auch eher was dann für Männer, die sich dann eben kein Leitprodukt kaufen. Wobei, ihr kennt vielleicht noch die Coca-Cola-Werbung von früher. Die, wo der Typ da den Cola-Kasten in dieses Büro mit den Frauen absolut nicht sexistisch vielleicht damals. Heute würde man es sogar noch ein bisschen als sexistisch ansehen. Aber absolut klischeehaft, der Mann. Und die Frauen, die da am Tippen sind und sich dann den durchnässten, schwitzenden Typen angucken, wie er eine Cola-Light trinkt. Trotzdem tendenziell Light für Frauen, High-Protein und Zero für Männer. Ist oft so assoziiert, sieht man eben ein Cola. Heutzutage verschwimmt das natürlich immer mehr ein bisschen. Aber tendenziell war das so. So sehen sie aus. Einmal der Light und einmal der schwarze. Und bevor ich sie euch zeige und probiere und wahrscheinlich gigantische Unterschiede feststelle, Achtung, ihr könnt euch die Zahlen ja gerne merken oder ich mache einfach mal so. Seht ihr das? Es ist exakt das gleiche Produkt. Es sind die gleichen Fabriken. Ihr seht ihr, dass es aus Frankreich kommt. Und teilweise wohl auch aus Skandinavien. Eskandien. Nicht Eskai, es ist ja nicht Skandinavien. Ist ja, was ist denn das für ein Land? Slowakei? Eskai? Ich weiß es jetzt nicht genau. Vorne sieht man dann drauf, ob es aus Frankreich kommt oder von hier. Jedenfalls, es ist genau das gleiche Produkt, wie ihr hier sehen könnt. 25 Gramm Eiweiß ist tatsächlich gar nicht mal so wenig. 12 Gramm Fett, dann schmeckt es auch noch ein bisschen. Salz und Kohlenhydrate natürlich so gut wie keine. Achtung, Erstickungsgefahr wegen dem Nest. Zutaten haben wir halt pasteurisierte Milch, Speissalz, Mycobielles, Lab und Milchseurobakterien. Also das, was in einen Käse reingehört. Auch so weit, so gut. Ja, ich muss mal kurz ein Foto noch machen und dann wird probiert. So. Dabei finde ich, dass dieses Babyblaue auch ganz nett aussieht. Das verströmt Freude und Glückseligkeit. So wie so ein Himmel halt. Und das sieht einfach nur dunkel aus. So, jetzt kommt der größte Spaß an den Dingern. Und dieses Wachsdingen hier abziehen. Das ist, ich weiß nicht, würde man es als Trashkäse bezeichnen? Es ist wie gesagt kein Gruyère natürlich. Lecker. Ich finde es richtig super. Ihr könnt sehen, es ist ein recht elastischer Käse. Und dann schmeckt auch, dass er noch cremig ist, weil es ist ja auch Fett drin. Und recht salzig, aber Käse allgemein ist salzig. Ich finde, der ist so tendenziell nur so ein bisschen salziger als manche andere. Guck mal, ist mein Handy so verschmiert oder ist die Kamera verschmiert? Moment. Sorry, das war das Display, was verschmiert war. Also der Käse, der ist sehr karm. Für den Cremi. Man kann ja auch ein bisschen Scheiben schneiden, wenn man möchte. Aber beim Reizen ist es einfach zum Kühlschrank zu gehen, zum Ding abzuziehen und das Ding sich einfach rein zu pfeifen. Jetzt wollen wir mal schauen, ob der Protein anders schmeckt. Wie albern eigentlich? Warum mache ich das? Er wird nicht anders schmecken. Mögt ihr Baby-Belle eigentlich? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und ja, ich finde ihn toll. Vielleicht, weil es auch so ein bisschen so ein Kindheitsdingen ist. Aber ich mag den. Cremig, lecker. Der ist natürlich ein bisschen magerer. Umweg ist er. Ja. Okay, Entschuldigung. Ich muss hier erstmal kauen, bevor ich hier in die Kamera schmatsche. Also ich würde sagen, der Baby-Belle, High-Protein und Light, ist ein leckerer Käse, der Geld kostet, der Spaß macht, ihn auszupacken. Danach kann man immer so schön mit dem Wachs rumspielen. Aber ein Sinnbild dafür, dass wir heutzutage auch an jeder Ecke verarscht werden, was aber verständlich ist aus Sicht der Hersteller. Ich würde es genauso machen, nur vielleicht könnte man das ein bisschen ehrlicher kommunizieren, so wie Coca-Cola das gemacht hat. Das wäre irgendwie cooler, wobei natürlich ein Coca-Cola auch nochmal eine ganz andere Kampagne starten kann als ein Baby-Belle. Trotzdem, ja, einfach nur aufpassen. Und die, wie gesagt, die haben es klar umheimlich gemacht. Es gibt viele Firmen, die euch dafür noch richtig Geld aus der Tasche ziehen. Und das sollte man keinesfalls unterstützen und auch keinesfalls kaufen. Absolut bin ich dagegen. Die Dinger hier sind lecker, kann man auf jeden Fall kaufen, wenn man es möchte. Ja, das soll es gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald, macht's gut und ciao. Abo nicht vergessen und Daumen nach oben. Danke.